Willkommen bei Schnauer in Krems. Unser Familienunternehmen ist synonym für höchste Qualität in den Bereichen Fertiggaragen und Raummodule sowie moderner Wärmepumpenanlagen. Wir bieten Ihnen die schönsten Fertiggaragen Österreichs. Perfekter als gemauert, mit einer Vielfalt von über 1000 Varianten und der Sicherheit von über 40 Jahren Garagenerfahrung. Wir haben auch für Sie die optimale Garagenlösung von Einzel- über Doppelgaragen, Großraumgaragen und Carboards bis hin zu Reihengaragen, Parkdecks und Sonderlösungen. Unsere Fertiggaragen führen nicht nur die obligate CE-Kennzeichnung, sondern sind darüber hinaus auch Ölnorm geprüft. Das heißt, unsere Garagen entsprechen den österreichischen Bauordnungen sowie den Richtlinien des österreichischen Institutes für Bautechnik, was bei Importprodukten kaum der Fall ist. Die Schnauer Raumzellbau ist jedoch nicht nur der führende Fertiggaragenproduzent, sondern auch kompetenter und erfahrener Modulbauspezialist. Der Modulbau ist, wo es sich anbietet, die schnellste und wirtschaftlichste Art zu bauen. Mit Schnauer Raummodulen können komplett ausgestattete Hochbauten mit bis zu vier Geschossen errichtet werden. Für solide und handwerklich gediegene Schnauerqualität bürgen wir in unserem Namen.